Ohohoho, Jungs, Jungs, wir müssen uns noch ganz dringend über unseren Auftritt, ja, bei dem Bob Marley Revival Festival unterhalten, ja. Ist das schon morgen? Ja. Ey, wir haben doch ja keine T-Shirts mit dem Bandnamen drauf. Hä? Für den Merchandising Stand, hä? Ja, dann müssen wir uns doch erstmal einen Bandnamen überlegen. Nee, nee, Freunde, eins namen anderen. Zuerst, wir müssen ja überlegen, was für Songs wir überhaupt spielen. Das müssen wir mal auschecken, ja. Checken, ja. Songs? Was denn für Songs? Wir haben ja gar keinen einzigen Song komponiert. Ja, aber ey, ist ja voll scheiße, ey. Du wolltest doch eigentlich ein paar Songs komponieren, ja. Ey, sorry, ich kann mich auch nicht um alles kümmern, ne. Immerhin hab ich richtig gut klargemacht. Hör mal, du bist echt unprofessionell, weißt du das? Ey, Freunde, jetzt ist keine Zeit zum Streiten, ja. Wir sollten vielleicht überlegen, welches Songs wir vielleicht covern können, ja. Covern? Ja, hier. Da werden wir doch schon was finden, oder? Hier. Und los. Du, du, du. Mal was anderes. Kann irgendeiner von euch vielleicht Noten lesen? Nee, das ist aber auch nicht nötig. Die Bob Marley, die konnte auch keine einzige Note lesen. Nee, wir müssen ganz einfach fleißig auf unsere Instrumente üben. Jo. Jo, das machen wir auf den Instrumenten. Instrumente? Was sind denn für Instrumente? Ey, natürlich. Wir haben ja noch gar keine Instrumente. Wie, und dann einen Tag vor unseren Auftritt? Jungs, cool down, ja. Cool down. Don't panic, ich hab alles im Griff, ja? Dumpen, ich. Ey, wo muss denn an? Bei dem Organisator, ja. Die sollen das Festival um einen Tag verschieben, ja? Verschieben? Ja, Mann! Ja, Mann!